So hallo und alle zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal etwas anderes, eine Kleinigkeit, nämlich Agaio, wie ihr es an der Stelle schon sehen solltet. Ich habe ihn mal auf dunkel gestellt und ich habe mir die Punkte angezeigt. Ich hoffe mal, die meisten Leute wissen, was es ist oder kennen es zumindest. Da ihr das angelegt habt, schätze ich mal schon, zur Hälfte, dass ihr das wisst. Ich habe das Spiel vor längerem kennengelernt, als ich mal einen amerikanischen Twitch-Sujima zugeschaut habe, der gerade LoL gespielt hat, nämlich QD-Pie. Und der hat so mal in den Pausen nebenbei gezockt, wenn er auf ein Spiel gewartet hat. Und da dachte ich mir, das ist gar nicht mal so schlecht, so ein kleines bisschen mit Suchtfaktor. Und für nebenbei zocken ist das ganz entspannt. Und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? Mittlerweile ist das so gehalten worden, dass es irgendwie jeder spielt. Und auch jetzt haben die deutschen YouTuber angefangen, dazu Videos zu machen. Und ich dachte einfach mal, da dieser Kanal jetzt für alle anderen Spiele steht außer Minecraft, dass ich auch mal spontane Dinge dazwischen einschieben kann. Und ich dachte, warum nicht einfach mal Agaio auf so eine kleine Runde oder sowas in der Art. Und wieso auch nicht? Und wenn ihr jetzt gerade hier zuschaut, denke ich mal, dass ihr Bock drauf habt. Und ich erkläre ganz kurz mal, wie es funktioniert mit dem Einstieg. Oder, na, schieb ein bisschen hinten dran. So ist es mal, wir sammeln Punkte ein. Und ich werde nur überlegen, ihr merkt gerade auf dem Kanal, passiert ein bisschen was. Die letzten Tage kommen schon wieder ein paar mehr Videos. Das heißt, so ziemlich regelmäßig. No, you won't. Kriegst mich nicht. Ähm, genau. Und da wird demnächst wahrscheinlich noch mehr kommen. Ich habe ja gesagt, The Witcher 3 werde ich mir eventuell besorgen. Ich habe es mal bei mir auf Steam in die Wunschliste reingeschrieben. Und mal gucken, ob ich es heute oder morgen oder so irgendwann mal bestelle oder so. Und ich habe dann ein paar andere Spiele, die ich eventuell auch noch mit drauf geschoben habe. Nämlich GTA 5 unter anderem. Äh, und, äh, was ist mir noch drauf? Äh, Borderlands, The Pre-Sequel. Das neue und neuste Borderlands habe ich mir drauf geschoben. Eventuell kann man dazu auch ein Let's Play machen. Und, äh, Eventuell Arc habe ich auch drauf geschrieben. Aber das ist so ein bisschen, hm, ich weiß nicht. Danke, ich bin ein bisschen größer geworden. So ein bisschen, hm, ich weiß nicht. Sorge ich, sage ich nicht. Scheint noch ein bisschen Probleme zu machen, wie ich gehört habe. Ideen sind natürlich cool, aber, naja. Ich habe es jetzt mal aufgeschrieben. Mal gucken. Habe ich aber ganz, ganz unten drauf gepackt. Deswegen ist noch nicht so dringend. Vorne ist ein Troll. Kriege ich dich. Ich kriege dir echt. So, ich bin mal fetter und fetter. Gut. Und ja, also, äh, was euch vielleicht noch nicht erwartet ist, ähm, Ducha 3, GTA 5, Borderlands, The Pre-Sequel und, ja, Arc, die ist mir hinten dran gestellt. Nur damit ihr Bescheid wisst, erstmal so, wie es, äh, ne, was geplant ist. Vielleicht kaufen wir das morgen oder so die nächsten Tage. Mal gucken. Gut. Dann, ähm, ja, würde ich sagen, geht es wieder Richtung AGIO. So ein bisschen das Organisatorische geklärt. Wie du was im Kanal, was passiert im Kanal und so weiter und so fort. Das geht ab. Alter, ist das ja, boah, der will ich. Ähm, dann vielleicht nochmal zum eigenen Spiel hier. Ich sehe gerade, ich muss einfach Punkte einsammeln für dies halt nicht hin. Und zwar, oh, Hackmi, komm her, komm her, ich fress dich. Äh, du bist halt eine Kugel, so eine Art Zell-Simulator. Du musst halt dich nähren an kleinen Dingen. Und dann wirst du halt größer mit der Zeit. Und, äh, wenn du größer bist, kannst du kleinere Zellen fressen, die mit 10% kleiner sind als du. Du kannst dich auch, äh, selbst aufsplitten an der Hälfte. Dann bist du mit einmal getrennt, bist zwei kleinere Kugeln. Und dann kannst du auch, wirst halt so nach vorne weggeschossen, dann kannst du jemanden auffangen. Dann musst du aber 30% größer sein, als der, wenn das Ganze klappt. Soweit ich das irgendwie richtig im Kopf hatte. Du kannst, äh, das geht mit, äh, Leertaste. Mit W kannst du kleine Teile von dir raushauen. So kleine Kugelchen, zack. Und die kannst du dann wieder einsammeln. Äh, du kannst mit den Kugelchen einerseits auf Gegner schießen, damit die größer werden, langsamer werden. Oder du kannst auf, ähm, so ein Virus schießen. Und wenn du sieben Kugeln drauf schießt, dann wird das, trennt sich, splittet sich das Virus. Und ein weiterer Teil schießt du nach vorne weg. Du kannst eventuell so einen riesengroßen, der auf der Top-Liste ist, irgendwie zerschreddern. So kleine Teile häxeln, weil die Viren zerstören große Spieler. So, und dann kann ich hier, zack, den gerade mal fressen, den Klaus, 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 Klaus. Das ist schon bei 85 Punkten, gar nicht mal so schlecht. So, wir werden dann so langsam größer und größer und größer und größer sammeln Punkte und fressen. Und keine Ahnung, was müssen auf uns alles nicht gefressen werden, weil wir da, wie gesplittet sind, ein bisschen angreifbar sind. Ähm, ja. Ja, vor größerem. I don't like this. Ach komm, ernsthaft? Ja, jetzt hab ich ein kleines Problem. Ja, ah, jetzt hat es aber auch zu splittet. Verdammt, probieren wir es nochmal an der Stelle. Ähm, ja. Das Spiel, dafür musst du dich nicht anmelden. Dann kannst du einfach nur Agaii und Browser eingeben und dann kannst du auch schon selbst los spielen. Einstellung hab ich es halt noch ein bisschen dunkler gemacht und, äh, naja. Das war jetzt halt blöd. Ich war übelst in die Ecke getrinkt und da konnte ich gar nichts mehr machen, außer ich hätte vielleicht 10.000 Teile splitten können und dann wegrennen können. Aber dann hat es ewig gedauert, bis ich mich wieder vereint hätte. Und das wäre dann auch blöd gewesen. Wahrscheinlich die Hälfte von mir wieder weg ist, Nektoren von irgendwas. Und, naja. Und gut. Ich versuche halt als Ziel ein bisschen in die Highscore, dass du heute reinzukommen, falls es geht. Und wenn das geht, wäre es gut. Wenn es nicht geht, habe ich halt, ja, weggehabt. Aber es wäre so das Ziel für die Folge. Ähm, ich will es auch nicht allzu lange machen. Deswegen United Kingdom. Alter hat mich auch noch gekriegt. Play. Naja. Immer diese Briten. Nommsen mich jedes Mal auf. Oh, wir sind schon oben. Hüps. Die Karte ist begrenzt, also oben nach unten. Und ja, für mich geht es irgendwie zu zählen. Aber es ist so ein kleines Spiel mit ein bisschen Suchtfaktor. Und, äh, warum sollte man das nicht einfach mal zocken und so? Dam, 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 hier vorher schon mehr. Ja. Highpress W. Jetzt heißt es halt wieder kleinere auffressen. Wenn es übrigens klein genug ist, kann man sich in Viren verstecken. Wenn man zu groß ist, wird man davon kaputt gemacht. Komm schon. Highpress W. Komm her, komm her, komm her. Ach, verdammt. Ich habe mich jetzt gefüttert. Ich wollte eigentlich Kugeln reinschießen, sodass das Virus nach drüben fliegt und ihn zerhaut. Deswegen bin ich jetzt wieder so klein geworden. Hat nicht ganz so geklappt. Von daher, naja. In Polen habe ich schon wieder gefressen. Jo, das hat sich aber kaum gelohnt, der nicht mal für ihn in so kleinen Zustand sich zu splitten. Weil, äh, jetzt ist er halt gesplittet und klein angreifbar. Und hat halt nur, keine Ahnung, 30 Punkte oder so gekriegt. Das ist auch nicht so der Wahnsinn. Und naja, wenn du den Topless willst, brauchst du halt ein paar tausend Punkte. Und die musst du nicht selbst sammeln, keine Sorge. Einfach, was? LP mit Kev? What? Erzähl mir nicht, dass das der Echte ist. Nein, wahrscheinlich nicht. Äh, bei denen, du brauchst das, da gibt es ja kein Account-System. Da kann sich jeder nennen, wie er will. Von daher, äh, wird das wahrscheinlich nicht Kev sein. Glaub ich mal nicht. So, dann hier unten durch. Nee. Alter. Maroni, kann ich den einsammeln? Oh, kann ich nicht, bin ich noch zu klein. Ich bin noch so klein, ich hätte dann den, den, den und den großen auch noch frissen können. Ich bin immer noch zu klein, ich kann den nicht mampfen. Ich kann den immer noch nicht essen. Ich bin zu klein. Also oft haltet er sich und frisst mich? Ich hoffe mal nicht. Ich brauch ein paar mehr Punkte. Ich bin immer noch viel zu winzig. I'm too small. Yusuf Haji. Na, ich denke, man spielt diese eine Runde hier noch. Ich weiß auch gar nicht, wie lange schon aufnehmen. Ich habe leider nicht gestoppt. Sammle hier nochmal einen. Da nochmal nach unten. Und jetzt hätte ich ihn zum Beispiel nomsen können. Datwecker, Bill Gates, habe ich gerade eingesammelt. App hier mit Kev. Komm, ich friss dich, Kev. Kev, ich friss dich. Danke. So, und da haben wir den auch schon. Ich muss ihn anschreiben. Kev, hast du zufällig wichtig gespielt? Keine Ahnung. Alter. Der will mich. Ah, Mann! Scheiße. Löde. Da kommen wir, wenn ich einmal draufgehe, noch. Naja, ansonsten, wie gesagt, einfach ein kleines Fun-Video für zwischendurch. Du hast immer das Problem, weißt du, du brauchst einmal so einen Knackpunkt, den du überwinden musst. Wenn einmal in der Top-Liste drin ist, dann kannst du dich ja drin halten. Es sei denn, es passiert was übelst, wenn du nicht über so eine gewisse Größe drüberkommst, wirst du ständig gefressen. Weil einfach die Großen ankommen und sich dann aufsplitten. Split, 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 split. Hey, danke dafür. Gut, ich bin jetzt einen Takt langsam geworden. Alter, warum auf mich? Das ist unfair. Oh Gott, okay, komm, einmal versuch es noch. Einmal vers... Nein, okay, das zählt nicht, weil es war dumm. Einmal versuch es noch. Komm schon. 15, 16, 17... Nein. Egal, ich gebe es auf. Also, das wäre es an der Stelle gewesen vom kleinen kurzen Video zu Agaio oder so. Vielleicht war es ein haltsam. Wie gesagt, war auch ein kurzes Infovideo, was halt so demnächst kommt. Und dann, ja, sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dahin, lass krachen und tschüss. Ha, Pole, vergesse es. Egal, ciao. Und... Vielen Dank.